du heilige okay also wir haben gerade rob getroffen unseren nachbarn von dem ich schon gesagt habe kann man nicht helfen aber dieses aufgesetzte fröhliche grinsen dieses permanent ich bin ja so glücklich ich fand das total creepy schon am anfang und jetzt ist er auf einmal in diesem zug und hat sehr seltsame dinge rezitiert der zug rast irgendwie auf sein ende zu auf sein ziel das grab meine ich nicht der zug dass das grab und ein schrei würde die nacht durch durch bohren und also sachen also wirklich völlig aus dem zusammenhang und ist auch nicht wirklich auf ihre fragen eingegangen und hat dann gesagt kommt zu mir wenn du fertig bist mit dem mädchen wir haben ihr aber nie von der kleinen lydia erzählt also und wir sollen ihr wem auch immer den bauch aufschneiden und den schlüssel finden ich hoffe nicht das mädchen das klein das hat sie gerade gesehen dass der kneif ja das geht ja das ist ja fantastisch okay floyd ist immer noch nicht da komische musik ah ich habe eine idee moment katsabelli hmm there's something here weird there's a key here says it's the key to 2a perfect hey hey alex hey birthday girl where'd you get to uh sophia fuck jesus sophia it is not my birthday why are you here hey you invited us silly already drunk i see i've only had one bloody mary gavin was looking for you oh god what gavin's here sure why wouldn't he be pretty sure i saw you with your hands down his pants earlier so you know i'm surprised you've forgotten oh great carly too fuck this gavin is not here you're not here none of this is here none of this is real i'm on a fucking train for god's sake whoa alex chill have you taken something isaiah don't worry about it alex is just being her weird hysterical self fuck off carly you don't need to be rude to alex on her birthday she's being rude to us she's just stressed aren't you babe yes i'm stressed i need to get to the bottom of this da haben wir also die party ihre geburtstagsparty wir wissen genau das foto boah die musik ist gerade extrem laut ich versuche es mal ein bisschen leiser zu machen ähm die party von ihrem geburtstag sophia carly und isaiah ich glaube die waren alle drauf auf dem foto und ich glaube fakt war dass die beziehung von gavin und alex auseinander gegangen ist weil er angeblich oder nicht angeblich mit ihr hier geschlafen hat auf ihrem geburtstag deswegen hat sie auch so sein gesicht ausgekratzt und all diese dinge jetzt ist natürlich die frage was machen die hier das ist ja auf keinen fall echt der grüne ballon da auch isaiah likes being in charge of the music i'll leave it to him sophia can i talk to you for a second sure what's up alone i can't leave really carly's a bit drunk and you know how she gets fuck off i heard that we're all friends here alex you can say anything okay okay look where are we your apartment dickhead where else no we're on a train okay fuck it i'm asleep obviously you need to suspend your disbelief al this will all go smoother if you just kick back and accept and hey and hey gavin was around earlier why don't you go find him gavin and i broke up months ago i don't want to see him alex honey what are you talking about we broke up on my birthday it's your birthday today the big 25 or is it 26 27 definitely look at her she's no spring chicken 27 club eh alex gonna take a hit snort a line shoot up go out in a blaze of fucking glory throw it all away yo isa yo isa yo isa yo isa you got me blow nah not for you clean and sober remember well as close as can be carly what the fuck are you talking about oh you fucking know what alex you think you're so much better than us always have just because you've gone through some shit just because you had i don't know struggles that's enough carly carly why the fuck are you even here why did you even come you clearly don't want to see me you know what alex i came for gavin for fucking gavin and you know carly shut the fuck up uh ignore her alex she's drunk no you know what the last time this played out i never got to say my fucking piece and i'm done i'm fucking done taking people's shit this time i'm on my way to see cat remember her the girl you fucking ostracized carly and we're going to chill on a fucking island and find pottery and meet louis and your shit heel douche canoe behavior will bring me the fuck down on my birthday not again whoa okay ladies i'm gonna go head over here now well come on then alex tell me how it is tell me how you really feel it's been five years and you're still not over gavin that's fucked carly move on open your eyes jesus christ alex don't go down this road hey fuck you alex alex seriously walk away i'll talk to carly just come back later it's your party and you don't deserve this but could you do me a favor fine sure whatever put this somewhere safe it keeps falling out of my purse der inhalator das ging jetzt eine ganze weile also wir erleben offensichtlich diesen ganzen geburtstag nochmal das ist ja echt schon heftig offensichtlich war diese carly die blonde mal früher mit dem x von der alex zusammen mit diesem gewinn und sie ist auch nur wegen ihm gekommen also da läuft ganz klar ist was ziemlich schräg und falsch gelaufen auf der geburtstag party und ich weiß nicht ob einfach der gewinn auch einen ganz üblen charakterzug hat sie natürlich auch wer weiß das schon und sie hat jetzt auch gesagt das letzte mal hat sie sich nicht getraut oder sie kam nicht dazu einfach mal richtig ihre meinung zu sagen ihr und den anderen weil sie halt immer unterdrückt wurde und immer ja irgendwie wurde das immer weggedrängt und wahrscheinlich der schock saß auch so tief an ihrem eigenen geburtstag ist natürlich echt übel wir haben also einen grünen ballon einfach gerade mitgenommen okay dann kann ich ja wieder ein bisschen lauter machen das war ja echt ohrenbetäuben ich wollte gerade etwas sagen ach ja das kennen wir ja schon auch mal von dr lang der so gewusstet hat sie bekommt gerade auch schwer luft oder ihr zieht sich die brust zusammen wir gehen mal wieder zurück und gucken was nun passiert ist ich muss ehrlich sagen die fluchen irgendwie dauernd einfach durchgehend vor allem sie ich glaube sie kennt gar keine anderen wörter i won't go rooting through someone's luggage look doch mal rein a huge bag someone's luggage wow glaube nein kann nicht machen also ihr Handy ihr alter klingelton oh jemand hat das blöde telefon das drive mit der distraktion hier sorry sorry haha der dorn hat sich gerade beschwert aber die die das ist aus von in hier. Ah, hier we go. There's a phone stuck in the crack. This is my old cell phone. The one I got rid of a few weeks ago. And it's ringing. Withheld number. Oh god, not again. Hello? Hello, little porcelain girl. Oh, fuck off. Not now. Don't you dare hang up. Don't you fucking dare. I can see you right now, you know. I doubt that. I'm on. A train. Cabin 1C. Oh, fuck. Oh, fuck. How are you here? I'm always watching you, little porcelain girl. Always. Can't miss a chance to see those titties or maybe your sleep. I am going to find you and I am going to cut your cock off and shove it down your throat, you disgusting excuse for a human being. I am going to make you watch in the mirror as you choke on your own dick and then I'll slice your fucking throat if you ever, ever call me again. Ever. I will find out who you are and you will die. Well. Okay then. And here I was about to invite you over to my compartment to party, you know. 1A. if you got the pulse for it. Oh, this guy. This fucking guy. Oh, damnation. I'm sorry, lass. I should have knocked. No, no. It's fine. I'm just a bit jumpy. I, uh, held you through the door. Nuisance calls, is it? Yeah. Dude's been calling me for the past few months. Pretty sure my ex put him up to it. It's been happening since we broke up. Ah. Surely I wouldn't do a thing like that. Well, I don't know. It makes no sense. Gavin wasn't, isn't like that, I thought. And he denies it. But, it's too much of a coincidence, right? Aye. Maybe. Could be anyone though, really. Old Don believes in coincidence. Still. At least you're well away and safe on old Gloria, eh? No. He said he's here. He said he's on the fucking train. Well, that can't be. Unless your boy's a big English fella where I stick up his arse. Ha. No, no. It's not laying. Well then. I mean, I suppose it could be Lydia. What did you just say? Oh, I was kidding. I don't really think my harasser is an eight-year-old girl. You've seen young Lydia tonight? Yeah. Why wasn't I meant to disturb her? Oh, um, no, it's fine. I just, uh, I'll look out for her, you know. Where did you see her? In the next carriage. In her compartment. Oh. Well, right you are then. I should just go and check on her. See if she needs anything. Wait, the guy told me to meet him in 1A. Well, there's no one in 1A. I think I'd have noticed. Well, bye. Jesus. Okay, Alex, don't lose it at this juncture. Nothing unexpected is happening. You know what to do. Roll with it. See it through. It's okay. Maybe it's a little more intense than you were expecting, a little more real, but you can do this. It'll be worth it. Nothing comes for free. I guess I should head to 1A. No point putting it off. I don't like it much. I'll do it. I just need to switch. You can use it. But I see it essentially. Put it into a minute. You can mix.